Was machst du denn hier dann? Noch einen Tag bis zum großen Rennen. Ich habe für dich ein Hochleistungstrainingprogramm zurechtgeschneidert und zur Einstimmung auf den Tag gibt das einen Wachmachttrumpf für dich. Das ist der sogenannte United Health Predator Drink. Mit diesem Getränk haben die Peruaner 1754 die Invasion der Thailänder verhindert. Das ist eine Mischung aus Schweinemilch, Ferrekosse, Libellensperma und genau einer halben Magnesiumtablette. Das schmeckt gar nicht schlecht, Digga, ich höre. Und die letzte Mücke. Die Qualität, den Reifkocher, den Reifkocher. Digga, ich kann nicht mehr, ich höre. So, und jetzt kommen wir zum Hauptteil. Ab jetzt alle Übungen mit Wok. Verpiss dich, Digga. Eleftheropoulos. Alexandros Eleftheropoulos. Sagt dir der Name was? Ist das dieser griechische Glitter bei Hauptbahnhof oder was? Alexandros Eleftheropoulos war der erfolgreichste griechische Tischtennisspieler aller Zeiten. Eleftheropoulos stand am Anfang seiner Karriere jedes Jahr im Finale und nie konnte er gewinnen. Und warum? Weil er nicht einst war mit dem Tischtennisball. Doch dann hatte sein Trainer eine Idee. Eleftheropoulos sollte sich jede Nacht einen Tischtennisball in den Arsch decken und damit schlafen. Eleftheropoulos wehrte sich. Er schrie. Er bekam eine Zerrung im Schließmuskel. Aber er blieb stark. Seit der Nacht, in der Alexandros Eleftheropoulos zum ersten Mal einen Tischtennisball in seinem Arsch hatte, hat er nie wieder ein Finale verloren. Und jetzt? Wenn du Erfolg willst, dann darfst du die Titte nicht nur beobachten. Du musst dran saugen, bis die Milch rauskommt. Werde eins mit dem Wok. So, und die Wespe mit nur einem Flügel. Ne, wo fliegt denn die Wespe? Wo fliegt sie denn? Die ist schneller wie die anderen. Die ist schneller. Und den Räuber auf der Flucht. Mein Räuber auf der Flucht. Die Gatsache, genau. Du fliech! Jetzt wirst du eins mit dem Wok-Räuber. Jetzt wirst du eins mit dem Wok-Räuber. Jetzt wirst du eins mit dem Wok-Räuber. Jawohl! Und hör! Und spiech! Und double spiech! Bis ganz nach dem Kipfel drinnen! Und den besoffenen Schmetterling! Gut trainiert, mein Avatar. Gut trainiert. Heute bist du eins geworden mit dem Wok. Mögen die Spiele beginnen! Bis zum nächsten Mal! J ... J ... ... Es hilft, es heilt die göttliche Kraft!